Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bar auf Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss! Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Holler, geben Sie mir Koller. Holler. Sie wissen, dass Berlin auf der Artilleriefeier liegt. Geh mal. Geh mal, ich habe einen Kotschertepausdreffig. Ich habe einen Kuss, ich habe einen Kuss. Ich habe einen Kuss. Hallo, ja, das ist der Kuss. Hören Sie den Beschuss nicht? Hallo, ja, das ist der Kuss. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ola haben. Hallo, ja, das ist der Kuss. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Hallo, ja, das ist der Kuss. Ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffe von früher und sofort aufreien. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt fünf Kilometer vorm Stettkampf. Und ich erfahre das heutzutage auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie haben hinten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Wenn die